Oh shit Oh Gott Ok Kupplung Kupplung Da ist der Gang Ist er drin? Ja Oh je Oh je Warte Achso Jetzt Guck mal Versuch mal erst runter so zu treten So wie weit du kannst Aber nicht mit Gas Tritt einfach Ja warte 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 Jetzt vorsichtig ein bisschen treten Ja Stopp Und jetzt wieder hoch kommen Kupplung Ja das war nur Deko Hoch Achso Hoch Und jetzt treten Oh Gott Hahaha Ok Ist hier wieder Gas? Da brauchst du dein Eintrag Wow Ja Ja Eifel So, Oh shit Oh 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 That's a long thing Oh 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 Wie macht man die aus Warte erstmal Warte Warte Alles gut Scheiß ist das anstrengend Das ist krass ne Das ist ja wie auf Schmierseife fahren Die ganze Zeit Die ganze Zeit